Wojtek Kasch war tschechoslowakischer Schriftsteller und Dramatiker. Leben Geboren in Wien, lebte er schon seit seiner frühen Jugend in der Tschechoslowakei. Er wuchs in Holes auf und besuchte die Realschule in Padubice. Er gehörte zu einer Generation, die gekennzeichnet war durch die hohe Arbeitslosigkeit. Verursacht von der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren, Kasch spürte die Auswirkungen von nur kurzen Beschäftigungen und der Arbeitslosigkeit am eigenen Leib. In der Zeit, als die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht übernahmen, wurde er Zeitungsredakteur in Eger. Während des Krieges trat er in den Widerstand ein und kämpfte auf den Seiten der Partisanen gegen die deutschen Besetzer. Werke Nach dem Krieg war er von der Kohleförderung und dem Kampf um jede Tonne Kohle in Nordböhmen fasziniert und veröffentlichte darüber einige Reportagen. 1947 entstanden seine ersten Rundfunkhörspiele über das Leben in den Kohlenrevieren. In seinen historischen Dramen beschreibt er die Arbeiterbewegung und Vorkriegszeit. In den Kinderbüchern verewigt er die Situation während der Wirtschaftskrise, schreibt aber auch einen Abenteuerroman für Jungen. Drama Duchkowski Viadukt Historischer Roman über Nordböhmen Muschdecker Stavka Premierer 1953 Pani Kalafowa Über Ereignisse in der Region Klatno im Dezember 1920 Pribe Plukovnika Adamiri aus der Zeit der Geschehnisse in München 1938 Kinderbücher Prokta Tane Pise Geschichten aus der Zeit der Wirtschaftskrise Tai Jemst wie Eni Marie Abenteuerroman für Jungs Weitere Bücher Nakado Hamburku Klapek es Klickem Klobek V Klici Nadruhe Strane Plotu Prichassen Zat Bu Zatmenis Lansche Havari Novelle aus Nordböhmen Bleda TV A.M.S.S. Gegenwarts Roman aus Nordböhmen Praskott V.E. Wettwig Roman Chronik Zatmenis Lansche